Und Daniel Christian auf dem Weg, oder in den Händen des 2 Minuten der Pesche. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Spanne haben, wird schon eine halbe Stücke hintergehen. Und dann haben wir in den verschiedenen Längen die E-Sekern haben, die Kollegen, die jetzt gerade hier unterwegs sind, bei der Tournee-Eigbälle, fahen 7600 Euro.